Hallöchen Leute und ganz kurz zu einem kleinen Informationsvideo ist auch gleich wieder vorbei und zwar will ich euch nur nicht auf dem trockenen sitzen lassen was die momentane Uploadrate von mir angeht ich habe momentan einfach sack viel zu tun und kaum mehr Zeit für YouTube und so weiter tut mir echt leid zum Glück ist das Schuljahr jetzt bald vor rum oder vor rüber wie auch immer und da kann ich wieder aufnehmen wie ich will und da bringe ich wieder zehntausende von Videos am Tag da könnt ihr euch schon mal gefasst machen gut ich habe jetzt noch eine Klausur die sollte nicht allzu schwer sein drei Vorträge dann bin ich noch im Juli weg zweimal und wahrscheinlich diese Woche auch noch von Mittwoch bis Samstag weg das heißt da wird wahrscheinlich auch nicht so arg viel kommen ich gucke mal ob ich noch irgendwie was aufnehmen kann oder so ich muss jetzt auch noch ein bisschen lernen deswegen tut es mir vielleicht leid wenn die Uploads äußerst unregelmäßig sind in letzter Zeit oder auch in nächster Zeit ich werde versuchen das so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen aber mir ist die Schule jetzt verständlicherweise erstmal wichtiger und ja Freizeit will ich ja auch noch so haben gerade schönes Wetter ich meine klar Let's Plane ist auch Freizeit aber Let's Plane ist nochmal drin vor dem Computer und schönes Wetter ist draußen na ihr versteht was ich meine na gut das war es so ganz kurz nur von mir ich verabschiede mich auch schon wieder wie gesagt tut mir echt leid ich hoffe ihr habt dafür Verständnis Ciao Ciao Ciao